Der kleinste, jüngste Luftfahrzeug der Airbus-Industrie, 318, geflogen von Peter Chetler und Eckart Hauser. So, der ist jetzt ein kleiner Weihabflugsteilraum, ermöglicht ein hohes Maß an Manövierfähigkeit, wie wir hier bei der Flugverführung jetzt gezeigt bekommen. Was Airbus ermöglicht hat, sich als führenden Versteller zu etablieren, mit etwa 4.350 Bestellungen und mehr als 2.750 Auslieferungen, im Dienst bei etwa 175 Betreibern, hat die Familienwehr-Erz 50% des Weltmarkts gewonnen. Since its launch, the Airbus-Singale-Oral-Family of airliners has been incredibly successful in the marketplace, allowing Airbus to establish itself as one of the leading manufacturers of airliners, and now of course military aircraft, with the introduction of the A400M from Airbus Military. Today, some 4.350 aircraft have been ordered, and over 2.750 have been delivered, and are in service with some 475 operators. The Airbus-Singale-Oral-Family has captured over 50% of the world market. The Airbus was all set, thanks to Paul Samarisson, the Airbus-Singale-Oral-Family-Erz Untertitelung des ZDF, 2020